Ich bin Jean-Pierre Popin, die Nationale Zeitung der hungrigen kleinen Franzosen. Das freut mich. Guten Tag, darf ich Sie einen Kuss geben? Ja, wunderbar. Das freut mich wirklich sehr, sehr. Gut, Sie haben ein Riesenprojekt und das Projekt heißt die Schuhakademie. Nicht Schuh, nicht zu verwechseln mit Schuhe, Schuhakademie. Entschuldigung, die Schuhakademie. Herr Zapata, erzähl uns von diesem Projekt. In Amerika wird man nicht nur geschult in Schauspiel alleine und da drüben werden diese Schauspiele auch noch in Sportarten, wie den Martial Arts ausgebildet. Genau sowas möchte ich gerne hier, weil eine Schuhakademie gibt es in Deutschland. Und es geht darum, eigentlich in dieser Schuhakademie, dass Menschen alles lernen, sehr gute Allrounder werden. Ach so, Sie bewerben sich jetzt für die Millionärsendung. Für die Millionärsendung. Eine Schuhakademie für jedermann, der einen Traum hat als Künstler. Jeder kann dorthin kommen, jeder. Eine Perspektive für Jugendliche, für Kinder, für Erwachsene, für Junggebliebene. Es ist für jeden etwas dabei. Ein Ort, wo das kleinste Talent aufblühen würde. Richtig. Ja, Pastera. Sie haben es auch verstanden, wenn Sie immer davon geträumt haben, Schauspieler, Dancer, Akrobat zu werden. Dann ist diese Schuhakademie ein Ort für Sie. Ein Ort, wo das kleinste Talent aufblühen würde. Diese Idee ist für alle. Also wählen Sie die Schuhakademie und Sascha Pastera. Eine für alle. Alle für eine Idee. Dankeschön. Danke. Danke. Das hat mich auch sehr gefreut. Was macht der? Ich glaube, du musst das so nehmen, wie das war. Tut mir leid. Das geschieht mir. Etwas dabei. Für jeden. Für jeden Junggebliebenen. Für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Junggebliebene. Scheiße.